Herzlich Willkommen zu einer Runde Minecraft. Heute wollte ich euch mal meine Feuerwerksmaschine zeigen, wie sie so funktioniert und wie sie halt aussieht wie die Nummer angemacht ist. Also wie ihr halt hier jetzt seht oder nicht wirklich seht, habe ich hier unten eine Glocke gebaut, was eigentlich jede Maschine braucht. Die mache ich halt hier an und aus, damit dann hier ein Signal durchgeht. Dieses Signal geht halt hier durch. Zumindest dann halt erst die ersten Raketen an, also die ersten Dispensern seht ihr hier. Es ist halt ein bisschen nach hinten getan. Dann kommen halt die mittlere Reihe an und dann die hintlere Reihe. Also ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze jetzt mal in Action aussieht. Natürlich bei Nacht. So, also ich muss einmal an und ausmachen und schon beginnt die ganze Action. Also wie ihr jetzt seht, erst die vordere Reihe, mittlere Reihe wieder Reihe. Ist ja nütz. Wie Leute, das war es eigentlich mit meinem Video. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich halt so was baue und ich hoffe, es hat euch vielleicht etwas weitergeholfen, so eine Maschine zu bauen. Tschüss!